Mein Name ist Susan Hiet, Love & Love Beraterin und leidenschaftliche Hutträgerin. Ich gehe niemals ohne Hut aus dem Haus und ja, Hut ist für mich etwas ganz besonderes. Ich möchte heute erklären, wie es zu dieser Leidenschaft gekommen ist, weil ich möchte, dass viel mehr Frauen einen Hut tragen, weil ich verbinde Hut tragen mit Weiblichkeit, sexy sein, sich gut fühlen, Stil haben und überhaupt etwas besonderes zu sein. Das, was ja jede Frau auch ist und was nebenbei bemerkt, jeder Mann inzwischen auch hoffentlich kapiert hat, auch wenn es manchen immer noch ein bisschen schwer fällt. Also, zu meiner Hutleidenschaft bin ich folgendermaßen gekommen. Vor ein paar Jahren stand ich vor einem Hutladen, in Düsseldorf, Capelleria genannt, die Hutmacherin ist Anke Rettig, die hat auch dieses Teil gemacht, Federexplosion und ich sah den Hut im Schaufenster, habe ihn aufgesetzt, habe damals eine sogenannte Freundin mitgenommen, die dann sagte, Oh, um Gottes Willen, diesen Hut kannst du doch nicht hier in Düsseldorf auf der Kühl anziehen, da musst du schon zum Pferderennen. Als ich den Hut kaufte, war es Winter und an Pferderennen war nicht zu denken und ich konnte überhaupt nicht einsehen, dass mir eine sogenannte Freundin sagen will, ob ich einen Hut trage oder nicht. Also habe ich diesen Hut gekauft, habe ihn im Winter angezogen und hatte sofort ziemlich erfolgreiche Erlebnisse. Also dieser Hut zog sehr viel Aufmerksamkeit auf sich, aber ich fand es einfach toll und mir war es auch völlig egal, ob jemand guckte, ob jemand es lustig fand oder wie auch immer. Jedenfalls ist daraus eine Leidenschaft angestachelt worden, ja, also die inzwischen, ich weiß nicht wie viel Hüt ich besitze, 40, 50 und stetig wären es sonst mehr. Hüte sind mein Markenzeichen inzwischen, viele kennen mich auch mit Hut und ja, ich möchte jede Frau ermuntern, nicht erst einen Hut zu tragen, wenn sie 70 oder 100 oder vielleicht schon im Grab liegt, sondern einfach sich zu trauen und wenn sie es möchte, einfach, ja, einfach machen. Mir sagen Frauen immer wieder, ja, ich habe kein Hutgesicht, ich finde es Unsinn oder sie haben sich einen Hut gekauft und trauen sich nicht, weil ja, die Leute reden und 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 und. Also Frauen, macht euch unabhängig, macht euch frei, macht euch weiblich, macht euch sexy, macht wie ich und geht niemals, niemals ohne Hut demnächst aus dem Haus. Dabei wünsche ich euch alles Gute. Ansonsten, wer mehr zu mir wissen will, unter www.susan-hiet.de. Bis dann, Tschüss!